Jetzt kommen wir zu der Kombination mit dem alten Synthsielles, und zwar das mit diesem Sound. Das Bild hatten wir eben, aber jetzt habe ich nicht die Marsch Tinte, sondern ich habe hier Buttons. Ich müsste also erstmal suchen, wie ich das wieder hinkriege. Aber ich kann hier bei jedem Touch um ein paar Prozent die Sichtbarkeit erneuern, erhöhen, ohne dass ich davorstehe. Und dann würde ich den zweiten Sound noch mit dazu nehmen. Ja, das ist nämlich nicht mehr so der bekannte Sound, den wir haben, und hier kann ich das Ganze wieder zurücknehmen. Und hier, sowas, oder Molen, oder dritte Schublade. Und hier kann man mal sehen, wie ich das gemacht habe. Ich habe eigentlich auf diesem Bild ein zweites Bild gelegt, was aber hier abgeschnitten ist. Und so konnte ich dann die Schublade hier drin vielleicht noch hören. Und das habe ich verknüpft mit einem trockenen Herz. Und jetzt habe ich hier sogar ein sich drehendes Bild, das habe ich aus dem Internet. Das ist eine animierte Geschichte, ist doch Herr Franzel viel Interaktives. Da wird jetzt was kommen. Ich hatte Fotos gemacht in Paris und habe daraus dann ein Video gemacht. So, das kann ich dann jetzt auch nochmal groß machen und habe das damals mit meiner Geschnittsoftware gestaltet. Hier zum Beispiel. Den haben wir eben gesehen. Der Schilder hat das klaut, denke ich mal. Externe Verlinkung, da haben wir aber schon. Dann machen wir das jetzt. Das ist eine schöne Geschichte. Da würde ich das dann wahrscheinlich noch im Vollbildmodus machen. Interessante Geschichte. Da sind auch immer Links noch drin, dass ich also hier Dinge hier mir noch genauer ansehen kann. Und was das war, habe ich ja vorher modern gesprochen. Und ich bin dann halt, dann müsste ich nämlich hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Da steht es. Was ihr vielleicht ja schon mal bald gesehen habt, ist hier der Speyerer Dom. Fantastische Geschichte. Wunderbar. Das Internet ist so reich mittlerweile. Auch an guten Dingen. Ausgewählte Beispiele. Hier müssen wir jetzt in Berlin sein. Nationalkaterie. Hier kann man Rundgänge machen, aber ich wollte jetzt mal auf dieses Bild hier gehen, um das zu zeigen, wie hochauflösend diese Bilder sind. Hier. Das ist fantastisch. Ich wollte jetzt mal nur auf diesen Ring hier. Und wenn der Rechner bzw. das Internet nachkommt und Naht brechen. Also was wir da geboten kriegen, das ist wirklich unfassbar. Und es geht noch mehr. Bis dahin. Das ist nur der kleine Ring. Das war ja auch eine ganz tolle Geschichte, dass ich jetzt hier zu bestimmten Stellen hinlegen kann. Ich hab letztens Geschichte machen und je nachdem wo ich mich befinde, kommt eine andere Musik. Jetzt ist das hier diese Höllenmusik. Da hab ich Sachen gesehen. Das ist nicht zu fassen. Oder das hier. Das hab ich letzten Moment gemacht. Lass uns oftmals nicht zu, die Sachen so detailliert zu zeigen. Wir haben heute Morgen geguckt, einfache Bilder, die man direkt präsentieren kann. Auch Mondrian kann man ändern. Aber mit den Möglichkeiten des Whiteboards haben wir jetzt diese verschiedenen Möglichkeiten mal ausdifferenziert. 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 Jahr 0íssier.